Da bin ich auch schon wieder bei dem dritten Teil jetzt von The Night. Ich versuche jetzt das nächste Ende rauszuspielen und da ist es kaputt gegangen. Komm, willst du mich doch verarschen. Wieder dieses Ende. Hä? Ist hier nicht irgendwo der Dings gewesen? Ja. Key, der Schlüssel? Da. Okay. Hier noch irgendwas? Noch irgendwas? Nö. Geh dann raus. Und ich weiß es auch, dass man rennen kann. Was ich ja vorher nicht wusste. Und man sollte... Oh, und es ist alles blutig. Das erste Mal, dass wir jetzt alles blutig hier haben. Oder was ist das zweite Mal? Weiß ich jetzt gerade nicht. Es scheint etwas her. Heute Morgen. Warte mal, ist da oben was? Da ist ein Loch. Hey. Das kann man nicht ansprechen. Das kann man auch nicht ansprechen. Das ist auch nicht. Ha. Kann man jetzt hier rein? Nö. Und wupp. Das ist ja ein Wolfskopf, oder? Nein. Nee, das ist ein Menschenkopf. Das ist... Das sieht aus wie so ein Wolfsmensch, oder so ein Dämon. Ha. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Boah, bin ich gut. Patsch. Welchen Schlüssel habe ich denn jetzt eingesammelt? Wahrscheinlich wieder den Goldschlüssel, ne? Das bedeutet, dass wir dort jetzt nochmal spielen dürfen. Yeah. Zumindest das letzte Ende. Endlich frei! Bin ich auch. Hahaha. Ne, welche? Ja. Ende B. Fortsetzung folgt. Okay. Gleich nochmal versuchen. Kann ich hier noch irgendwas anquasseln? Hä? Okay. Es geht von der Seite anscheinend nicht. Kann man dich anquasseln? Oh, jo. Oh, 28. Anscheinend haben wir schon 28 Uhr. Und es ist wieder der Raum. Das... Hä? Das ist ein anderer Raum. Hä? Der Raum ist an... Hä? Das ist ein anderer Raum. Als vorhin. Ich verstehe es nicht mehr. Hier ist doch bestimmt eh nichts. Nö. Ist auch nichts. Hab mich erschrocken. Alter. Ich hab's Fenster vergessen. Sieht aus, als würde ich schweben. Plopp. Du bist hässlich. Goldenen Schlüssel erhalten. Was zur Hölle? Und der Raum ist noch heiler. Hier kann man nicht hin. Darf ich das letztendlich schon wieder machen? Ja, wow, 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 wow. Jetzt würde ich mich geliebt. Ja, wow, wow. Hui. Boah, ich mach jetzt ein neues Spiel, weil ich es immer am Anfang ging. Ja, wuhu, wuhu, wuhu. Wupp, wupp. So. Dann ist es mir scheitbar, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Zup, 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 zup. Zup, zup, zup. Einmal. Ah, raus hier. Hui, hui, hui. Und? Ah. Äh. Äh, nee. Baaaa. Was war das? Da, 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 da. Ja, okay, wir müssen es auf dem, da, da. Gibt es mir nicht. Ach, komm, leck mich doch, du. Du fällig spiel. Warte, darfst du dich noch vorne aus dem Grundschlüssel? Hm. Schau mal so. Wieso, stuhl? Wieso machst du das? Äh. Ich kann das stuhlen. Hä? Warum kann das stuhlen bloß? Hm. Ich würde mal sagen. Ähm. Halt ich nicht. Oder soll ich das? Pff. Ich hab schon wieder aus. Hab ich doch vergessen. Drei. 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 Wusch. Bist heftig. Das ist immer noch nichts. Ja. Na. Hey, hast du noch? Ich kann mich dann kurz wieder rein. Toll. Was mach ich jetzt? Wird kriege ich jetzt den goldenen Schlüssel? Oder einen anderen Schlüssel? Kann ich jetzt aber ohne? Oder was? Ist. Amgezelt. Was will ich denn jetzt machen? Ich hab jetzt keine Chance, an die Schlüssel zu kommen. Was ist so? Keine Chance. So, ich kann nicht wegschieben. Äh. Was ist das? Bammt, Mann. Okay. Hm. Was soll ich jetzt? Hä? Hier komm ich noch rein. Okay. Hier ist alles sauber gepflegt. Und die Wände sind trotzdem. War aber nicht so kaputt wie vorhin. Okay. Jetzt ist dieser Sonnheitsrang. Kann ich denn irgendwie da zu benutzen? Die Führer aufzubrechen? Wann hat das so ein Ding? Nein, da steht noch was. Schaut, dass man sich ansprechen kann. Komm jetzt wieder rein. Nein! Jetzt komm ich denn nicht rein. Okay. Tutitel. Tutitel, 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 Tutitel. So, mach ich das jetzt. Meine Fresse. So. Hier bin ich noch nicht daran vorbeigelaufen da oben. Hier so und dann. Ach komm! Hä? Ist doch wieder dieser Raum, ey. Meine Fresse. Tutitel, 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 Tutitel. Oh Gott. Was kann ich denn machen, um jetzt den anderen Räumen zu kriegen? Okay, okay, okay. Ah! Es geht doch! Was ist das? Gute Auslöser. Okay. Da bringt was. Da. Da bringt doch was. Erhalten. Ein Messer. Eine tote Hand! Eins, zwei, drei. Okay, fünf Finger. Es soll gerade aus, es hat sich mehr Finger. Was, was, was muss man jetzt in der toten Hand machen? Was zur Hölle? Und, äh, ja. Komm, die Fresse ansprechen. Ich denke mir was. Ja. Ist das nicht ein Ionenstern? Okay. Und da unten ist jetzt jemand. Oh, oh ja, oh, oh, ja. Ja, ja, aber ich sitze richtig von hinten, ja. Willst du spielen? Dann, dann ich bin befangen! Wo sind? Ach da, oh, oh. Alter, der Alter hat ihn, hat die Krippe auf. Oh Gott. Ich glaube... Ich soll es immer wieder an. Dann noch nicht sicher. Speedhead. Oh Gott, das ist mir über den Koffer schreckt, ja. Gibt es ja nicht. Kann ich dir die Toten geben? Nein. Oh. Und? Ach, komm, leck mich. Leck mich. Wieso wieder dieser Raum? Wieso? Goldflüsse halten. Okay, okay. Kann ich irgendeinem getrunken? Man kann jetzt irgendwas anderes machen. Irgendwas anderes machen. Warte. Warte. Es gab doch ein... Es gab doch irgendein, was man benutzen konnte, oder so. War, ist mir das jetzt irgendwie reingebildet. So wie ein Nubi. Mann, das ist ja fast länger als das ganze Spiel, was ich gespielt hatte. Gott. Nubi. Ich sollte einfach mal das Bild da nicht ansprechen, vielleicht. Oh Gott. Oh Gott. Was? Autsch. Was ist los? Aha. Ich krieg das an. Ich krieg das an. Oh, ich soll mich dritten. Okay. Jetzt krieg ich das an. Ja, dann... Dann... Au! Mann! Ah! Scheiße. Das ist nicht so. Ich krieg das Schadenpflicht. Blöde Kuh. Boah. Vielleicht krieg ich das letzte Ende, wenn ich keine vollen Leben habe. Ich krieg das Schaden. Es ist los. Baby, es ist los. Ach, komm! Das ist los, du kein Geschwitz, Vater. Ich will dir das Ende hier nicht. Da bring ich mich gleich um. Nein, sie werden mich jetzt umbringen. Tutu. Ja, ich lache nicht überlegen. Aber vielleicht, was macht man das, wenn ich jetzt das Mädel ansprechen würde? Vielleicht passiert dann hier noch. Okay, wir werden fahren stehen. Sterb, Vater, stirb! Stirb, wieso krieg ich hier Schaden? Ganz ehrlich. Ich bin nur geschlossen, dass man hier Schaden kriegt. Immer da. Nehmen wir die Leber bitte noch. Ach, das geht schon nicht weg. Wollen wir nicht hier so rüber gehen? Wieso? Wieso? Es stirbt doch einfach. Gott, nur noch 37. Ich stirb jetzt. Tod. Hä? Wollen wir das dunkler? Nein. Ich bin tot. Ich bin tot und laufe noch. Ich bin ein Geist. Alter. Ich hab keinen Namen mehr. Ich. Alter. Komm, hier kommt der Tote. Der Tote ist doch nicht frei. Ich bin tot. Wieso liebe ich noch? Ah. Jus, hab ich jetzt in Sende schon. Oft genug. Wann, ich will das jetzt bei 20 Minuten, wird das jetzt nicht mehr weitergehen. Mit 20 Minuten sag ich dann. Also, ich bin jetzt nochmal. Ciao, Leute. Ah. Oh, 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 oh. Hosa. Warte, das entdeckte ich ja schon mal nicht dem Typen, der das Nusser geben würde. Oder? Ich meine, das hab ich schon frei. Und da erhalte ich wieder. Aber was erhalte ich auch hier? Ja, also. Kann ich mir auch irgendwo Schaden? Gib mir Schaden! Nee, ich will sterben! Komm, ich bin. Vielleicht. Warte, vielleicht muss er den nutzen. Nein. Warte! Ich erschrieke mich da noch. Das ist dann drüber. Kann ich vielleicht das Nusser reinstecken irgendwie? Ach, ist der Schlüssel. Oh. Kann ich den benutzen oder so? Oh. Ist der Schlüssel. Tod, ich bin ja tot. Ich bin gar nicht mehr da. Warte, kann ich den vielleicht da reinstecken? Ich bin gar nicht mehr da. Ein Rostier-Schlüssel. Aber was soll ich mit dem machen? Ich stecke gleich meinen Penis rein. Oder da? Schon. Nein, da passt der rein. Da passt der rein. Dann passt der auch meinen Penis rein. Ah! So, ich versuche jetzt mit dem Rostier-Schlüssel rauszukommen. Abgesperrt. Es ist abgesperrt! Das ist auch nicht. Äh... Soll ich das mal geben? Nö! Ich geh jetzt hier rein! Nein! Hier? Denk du nicht! Oder? Ah! So! Nee, denk du nicht! Was soll ich denn mit dem Schlüssel machen? Soll ich spiel! Ich mach's nicht! Ach, jetzt komm ich auch nicht mehr rein! Aaaaah! Komm nicht mehr unten raus! Aaaaah! Wer sind diese Leute? Wieso bin ich der Zweitsche? Ich will der Sterbste sein! Kann ich irgendwas... Ah, mit Dix kommt man zurück! Kann ich irgendwas drücken, damit ich diesen Schlüssel benutze? Lalalalalalalalalala! Ah, ich bin so richtig geil! Mann, das ist auch die Scheiße! Wieso geht das nicht? Ich komm hier auch nicht mehr rein! Wie komm hier noch rein? Was zum Fitter? Ich tue den Typen jetzt einfach den Schlüssel! Mit dem Messer da oben! Und ich weiß, ich hab gerade gesagt, wenn er 20 Minuten wird sich aber... Ich, ich, ich... Ich weiß, dass ich das nicht aussieht! Ich muss das nicht aussieht! So, du, ey, du bist aus dem Messer... Ja, du bist aus dem Messer... Hey, hey, hey! Ich hab' mir angefangen! Hey, hey, du bist aus dem Messer, hier, hey, hey! Ich hab' mir noch setzts, wann aber wie jemand jetzt frei ist, war? Tch! Oh, da steht es nicht! Oh, da steht es nicht! Äh, 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 äh! Wieder raus! Ich raste gleich aus! Im Ernst! Kann ich mich wieder dieses Psycho-Zimmer abkriegen, bitte? Oh, da steht es nicht aus dem Messer! Oh, da steht es nicht aus dem Messer! Nummer eins! Oh, nein! Oh, nein! Wieso warum hab ich mich aus? Oh, da.. Warte Oh Gott. Das war in der Artikel noch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss für die Enden. Kann ja nicht alles Zufall sein. Irgendwas? Irgendwo irgendwas? Irgendwo. Nein, ich bin nicht mehr mit. Ein Mehlbeheb. Ja, Gott. Wirst du mal in dieser Spiele? Nein. Vielen Dank. Schaut mich nicht. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Ich hab's noch nicht. Das ist das. 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 Alter! Wieso kann ich das haben? Vielleicht muss ich einfach mal einmal den Gesundheitskrank annehmen. Aber ich meinte ja schon, dass wir doch die halbe Stunde sind, aber wirklich, eine halbe Stunde mach ich nicht. Dann können wir nicht glauben, eine halbe Stunde mach ich nicht. Alter, äh, äh, äh. Ist das vielleicht noch? Ja, wenn du... Oh, oh ja, oh, 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 ja, richtig von hinten. So kann ich ja nicht ansprechen. Ist das vielleicht oben drauf oder so? Ha, verstehe ich nicht. Komm, jetzt muss ich doch mal hier mein Vernünftiges haben hier. Okay, sieht alles recht okay aus hier. So, Alter. Ich dachte auch schon, auch schon, auch schon, äh, woppa! Ist halt schon so ein Gesundheitskrank, ich kann ihn nicht benutzen. Tolles Spiel. Ah, nochmal. Hier kann ich nicht hoch, einfach cool. Kann ich nicht auf den Fenster springen. Im Ernst, Leute. Macht doch keinen Spaß, ne? Wir haben ja das gleiche Ende. Ist doch lang. Ich versuch's nochmal neu. Äh, da hat man wieder mal raus gesehen. Go, Kiko! Ich versuch jetzt aber nicht den grünen, ähm, Schlüssel zu holen, sondern den rostigen nur. Wenn ich den hier erfinde. Ja, okay, ich versuch nur den rostigen Schlüssel. Und wenn wir jetzt mal runden. Und wenn das nicht klappt, da versuchst, dann da oben aufzumachen. Nein, das klappt nicht. Dreck. Biene Maya. Und so. Willst du rostigen Schlüssel? Ne, kriegst du hier nicht. Geht nicht. Schade. Aber vielleicht ändert sich jetzt der Raum, also in einen ganz anderen Raum, wenn ich jetzt den rostigen Schlüssel da erst hatte. Nein, hat er nicht. Hab den blödesten Raum erwischt. Bleh. Wie konnte der Stuhl bloß... Das war ein Punkt und kein Fragezeichen. Wie konnte der Stuhl bloß... Hä? Das... Ach, egal. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Okay, okay, okay. Die... Das eine versuche ich jetzt noch ins Schlafzimmer zu kommen und dann ist Ende. Ja, was anderes... Ich bin hier grad stehen geblieben, als ich nach da gelaufen bin. Ist hier noch irgendwo was anderes außer der Schlüssel... Wo ist der Schlüssel überhaupt? Da. Eisenschlüssel. Hatte ich den nicht schon? Nein, hatte ich nicht. Nein. Okay, okay. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Okay, nach unten. Wow. Wow, wow, ah, 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 ah. Das mach ich jetzt mit dem Rossing... Was mach ich jetzt mit dem Rossing- Schüssel? Ah, ich komm raus! Uhuhu! Endlich draußen. Aber... Ich hab das Gefühl, das war's noch nicht. Aber ich laufe lieber schnell nach Hause. Bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Jetzt Patsch tot! Tschüss und auf nimmer Wiedersehen. Patsch tot! Ach, schade. Gut aus dem Haus geschafft. Ende A. Ja, besonderen Dank an PDM Channel für seine Hilfe beim Skripten. Danke auch an dich fürs Spielen. Gern geschehen. Was? Dich? Nein, mich. Okay, das war dann auch das dritte Ende. Sehr lang. Oh Gott, das... Oh Mann, viel zu lang. Na, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Links natürlich alles in der Beschreibung. Bis denn, äh, auf Wiedersehen. Tschüss!